Du arbeitest den ganzen Tag am Computer oder mit der Maus, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass deine Unterarmmuskulatur sich kräftig verspannt. Und wie du das lösen kannst, zeige ich dir jetzt. Greif mit deiner Hand so in den Unterarm hinein, in die Rückseite des Unterarmes, strecke deinen Ellbogen und drehe den Unterarm in diese Richtung. Dann lässt du wieder los, gehst wieder zurück in die Beugung, greifst dir wieder einen Teil deiner Unterarmmuskulatur und streckst wieder durch und drehst ein. Und so verfährst du jetzt etwas dynamischer, machst das Ganze 25 bis 30 Mal auf der einen Seite und dann wechselst du und machst das Ganze auch mit der anderen Seite. Bleibe schön locker im Schultergürtel und genieße nach dieser Übung entspannte Unterarmmuskulatur. Viel Spaß!